Hast du mal übernatürliche oder gruselige Erlebnisse gehabt und hat dich das geprägt? Ghosty-Vibe set in, man. Habe ich in meinem Leben immer so definiert, dass ich halt so Erlebnisse hatte wie mit Freunden so. Weißt du noch, mit Big Nasty zum Beispiel. Man kann Menschen über Kontinente hinweg spüren. Auf einmal die gleichen Gedanken entwickeln, das gleiche tun. Und so eine Erlebnisse hatte ich schon öfter. Was ich gesagt habe, ist passiert. Was ich gespürt habe, war richtig. Aber mit Fanus, ich war im Hotel, ich fühle das irgendwie. So, diesen Hingang, die war da. Das sind für mich so übernatürliche Vibes auf jeden Fall. Bros, keine Angst, mitten im Wald nachts. Du musst dich mal mit dem Thema Human Design beschäftigen. Ich habe das tätowiert, weil die hat mir das vorgelesen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Wäre bestimmt auch ein spannendes Thema für YouTube und wäre mal was anderes im Stream. Hast du mal übernatürliche oder gruselige Erlebnisse gehabt und hat dich das geprägt? Ghosty Vibes, said it, man. So Ghosty Vibes habe ich noch nie gehabt, Bro. So, gab es ja auch schon, also gibt es viele, viele. Ich habe ja eine, meine Ex-Freundin war ja halb Brasilianerin und mit ihrem Vater habe ich mich auch schon mal lange unterhalten. Und der hat mir auch erzählt, der hat halt auch so damals halt, die, die, seine Mutter hatte auch so mit Hexerei und sowas zu tun. Und der hat damals schon, hat so Erlebnisse mit Dämonen gehabt und so eine Sache. Boah, wo ich gedacht, ach du Scheiße, der war total. Aber ich selber habe sowas noch nie gehabt. Ich habe nur so übernatürliche Erlebnisse definiert. Habe ich in meinem Leben immer so definiert, dass ich halt so Erlebnisse hatte wie mit Freunden. So, wir waren getrennt. Weißt du, wie ich meine so? Ich weiß noch, mit Big Nasty zum Beispiel. Ich war in Berlin. Der war in Chicago. Hat gerade Creed 2 gedreht. Äh, ja doch, Creed 2 gedreht. Und ich war in Berlin. So. Und ich habe voll, musste voll krass an ihn denken, so. Und dann habe ich mir ein altes Video von uns zusammen reingezogen. Habe mich so aufs Bett gelegt, habe mir so ein altes Video von uns reingezogen, um die Vibes zu fühlen, so. Und dann habe ich den einfach angerufen. Oder ich habe ihn, nee doch, ich habe ihn angerufen. Habe gesagt, was geht, was läuft und so. Dann sagt er so, ich ziehe mir gerade ein Video von uns rein. Wie jetzt? Ich auch, Digga. Schickt mir so ein Bild von dem Video. Und wir haben uns eins zu eins das gleiche Video zugeschickt. Und wir waren an derselben Stelle, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Und das war so für mich so, das ist für mich so übermenschliches Erlebnis, übernatürliches Erlebnis. Weil wie, wie geht das, Digga? Das geht nur, das heißt, dass wir über mehr als nur Nähe, miteinander verbunden sind, sondern wir können auch über Kontinente hinweg, man kann Menschen über Kontinente hinweg spüren. Weißt du, ich meine so? Und man kann auf einmal die gleichen Gedanken entwickeln, das gleiche tun, weil man merkt, der andere tut es auch und so eine Sache. Weißt du, ich meine, das ist für mich immer so heftig gewesen. Und so eine Erlebnisse hatte ich schon öfter. So, auch so krasse Sachen, so. Ich weiß noch, wo, Digga, wenn ich, ich habe schon Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich 100% positiv geladen war, so, ne? Ich hatte nicht einen einzigen negativen Funken in mir, nicht einen einzigen Bedenken oder ein einziges Ding, was mich irgendwie abgehalten hat oder so. Weißt du, wie ich meine so? Ich habe 100%ig in mich vertraut und alles war geil und alles hat funktioniert. Und zu den Zeiten konnte ich Sachen vorhersehen mäßig, so. Was ich gesagt habe, ist passiert. Was ich gespürt habe, war richtig. So, ich habe gesagt, so, keine Ahnung. Es gab mit Fanus, ich war im Hotel. Ich war im Hotel mit Fanus, so, in Berlin. Und dann ist so ein, wir haben so ein Mädel da gesehen, die war auch Eritreerin, die hat so einen rosanen Porsche gehabt, so. Und die haben wir an ein, zwei Stellen in Berlin schon mal gesehen und so. Und Fanus hat immer dann gesagt, ja, guck mal, da ist die wieder und so. Ich sage, krass und so. Und dann ist die einmal im Hotel bei uns vorbeigefahren. Wir standen auf dem Balkon. Ich habe gerade eine Kippe geraucht, glaube ich. Wir standen auf dem Balkon, die ist vorbeigefahren. Dann sagt Fanus, guck mal, da ist die wieder. Ich sage, ja, ja, wir gehen eh gleich frühstücken. Die wird da auch sein, wo wir frühstücken. Ich fühle das irgendwie. So, wir sind hingegangen, die war da. So, das sind für mich so übernatürliche Vibes auf jeden Fall. Das ist für mich übernatürlich, Bro. So, da denke ich so, krass, Bruder. So, also wenn ein Mensch 100% mit sich im Reinen ist und sich nicht beeinflussen lässt von seiner Umgebung oder von anderen Sachen, so gerade negative Sachen und sich 100% mit allem, was er hat, an sich glaubt. Bro, können wir Sachen tun, bewegen, vorhersehen? Die sind einfach krass. Das ist einfach krass. Davon bin ich überzeugt. Ja, weil deine Schwingung erhöht war, das geschieht nur durch Liebe beziehungsweise Glückseligkeit. Dementsprechend resoniert man mit solchen Dingen, wo Menschen sagen, dass es Wunder sind. Ich bin mich nur damit am befassen. Das ist voll krass. Das ist voll krass. Und wir können auch Dinge mit unseren Gedanken steuern, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so, wir können die Umgebung uns selber gestalten. Einer sagt, oder sie hat die Stalking, die hat Stalking aktiviert. Stalking it, man. Nein, Bro, die ist vorbeigefallen. Ich wusste so, okay, die wird dahin gehen, wo wir frühstücken gehen werden. Stand geschrieben. Wir sind gelaufen in die Straße rein, wo dieser Frühstücksladen war, und in der Straße stand das Auto, Bro. Weißt du, was ich meine? Digga, das war zu heftig, die Zeit. Das haben wir mit Fanus krass gehabt, mit Bardo habe ich das auch krass gehabt. Ist schon sehr nice. Bro, hast keine Angst, mitten im Wald nachts. Ich hatte am Anfang auf jeden Fall kurz so, manchmal habe ich so Geräusche gehört, so. Ich habe hier Balkon, dann ist da noch so ein kleiner Fluss und dann ist hinten einfach nur Wiese und hinten dran ist ein Riesenfeld, so. Und dann habe ich so gehört, da hat irgendwas rumgemacht. Dann habe ich so am Anfang kurz gedacht, oh, Digga, was ist da los? Wer ist da und so? Aber, ja, mir war dann schnell bewusst, dass es einfach Tiere sind. Ich glaube gerade sehr empathische Menschen, wie du es bist, kenne das von mir selbst, haben manche Dinge einfach besser im Gefühl. Ich habe auch schon ein paar so Erlebnisse, wo ich Dinge aus meinem Bauchgefühl rausgesagt habe und die auch passiert sind. Ja, Bro. Es gibt auch, du musst dich mal mit dem Thema Human Design beschäftigen. Jeder Mensch ist auch ein unterschiedlicher Charakter im Human Design. Laura hat mir das mal vorgelesen, hat mir durch meine Geburtsort, Geburtszeit, also wirklich genau die Zeit, das Datum, musste ich ein paar Sachen ihr geben, die hat es dann ausgerechnet und mein Human Design so ausgerechnet, die Zahlen dafür, dafür steht auch die 4, 6 hier zum Beispiel. Oder die 9 hier, das ist auch meine Life Path Number, weil ich habe das tätowiert, weil die hat mir das vorgelesen. Ich bin so dumm, dass ich mich selber nicht so krass davon infiziert habe, dass ich da noch nicht mehr eingelesen habe, aber die hat mir vorgelesen, wer ich in diesem, was für ein Charakter ich in diesem Human Design bin und es war einfach 1 zu 1 ich, alle Probleme, alle Erfolge, alles was so, das war alles da geschrieben, wie es bei mir passiert ist. Weißt du, das ist so heftig, also es ist so krass und wie du sagst, ich glaube, dass jeder Mensch so eine Intuition hat, ein Gefühl hat, so ein tiefes inneres Gefühl, man kann darauf zugreifen, das ist nie falsch, das ist nie falsch, das ist immer richtig so, nur sind wir halt verblendet. Und gerade so eine empathischen Menschen wie wir haben es auch noch schwerer, sich nicht blenden zu lassen, sich nicht beeinflussen zu lassen, weil wir so viele Sachen aufsaugen und auch die negativen Sachen. Wir brauchen eine Festung, eine Festung aus am besten positiven Menschen, die sich auch um dich rumreihen, die das nicht zu dir durchlassen und dich wertzuschätzen wissen und dich beschützen, weil die wissen, der Junge ist was Besonderes oder der hat so ein krasses Zugang zu diesem Gefühl und das eigentliche Zugang zu was ganz Krassem so. Spirituality, man will schon. Jale Magrix schreibt, bester Mann, gibst positive, stabile Vibes in dieser Kummerzeit. Hoffentlich kommen bald noch mehr geile Talks und komm ins Café, Interviews am besten mit Kole Kianusch und solchen Ehrenmännern. Davon gibt es leider nicht mehr so viele, von diesen Ehrenmännern so, aber ich küsse dein Herz auf jeden Fall. Das heißt,